Wenigstens wissen wir jetzt, was du weißt von... Achso, sie gehen noch zu den Malfoys hin. Er will die Heiligstümer des Todes. Und dann teleportieren wir wieder zurück. Sie sind hinter uns her! Dann stirbt Dobby! Hallo meine Schöne! Ich bin ein sprechender Baum, hi! Na, wie geht's so? Ja, jetzt kommen sie zu den Malfoys. Ah! Ne, doch nicht. Überstehe den Angriff, wie langweilig. Was meinen die damit? Ist das wieder so, warte drei Minuten und versuche nicht zu sterben oder töte die? Ich bleib hier und guck die Wand an. Interessante Struktur. Ja, ich frag mich, aus welcher Dynastie dieses Gebäude ist. Fragst du dich auch, Ron? Ja, ist schon interessant. So, Gebäude, Denkmale und so interessieren mich voll. Ja, ja, ja! Na, schön! Schieß euch! Ja, links antäuschen und dann auch mal irgendwie einen Zauber wählen. Komm, Fringo! Ach! Ich kann nicht richtig zielen! Achso, diesen Bastard, da musst du ja eigentlich abknallen, ne? Boom! Bist du jetzt nicht tot, oder? Ich kann nicht richtig zielen! Messer, 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 Messer! Ja, alle drei auf ihn drauf! Schieß ihn auf ihn, während er am Boden liegt! Und ich fall hin und er steht wieder auf! Und ich fall hin und er steht wieder auf! Boom! Ich liebe Confringo! Du musst doch mal langsam sterben, der Bastard! Da liegt er! Boom! Au! Nehm mal was anderes! Menschenmaschinengewehr! Stirb! 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 Boah! Boah! Wie robust ist der bitte! Stirb! Stirb! Stirb, 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 stirb! Mein, mein, weiß doch nicht! Habe ich dem jetzt irgendwie wehgetan oder so? Da ist ja kein Lebensbalken und nix! Okay, hat Harry auch nicht, aber... Irgendwie ist man so in der Schwebe! Das ist einfach ganz schlechtes Spieldesign! Von vorne bis hinten, ey! Kannst du so kotzen! Ich hab schon eine Textdatei angelegt! Mit Sachen, die ich hätte besser machen können bei diesem Spiel, ja? Das ist so brutal langweilig! Keine normale Langeweile, nein! Brutale Langeweile! Haft Protego zu machen! Schieß dir in einen Arsch! Hallo, ich hab jetzt bestimmt schon mindestens fünf Minuten lang überlebt! Wann ist die Mission vorbei? Muss ich was einsammeln oder so? Dein Schädel! Achso! Huch! Du bist es ja, Ron! Und du bist... In den Wirren des Krieges weiß ich nicht mehr, wer Freund und Feind ist! Und ich schieß einfach auf alles! Ähm... Also du bist Hemmi, ne? Okay! Ich geh jetzt mal hier hin! Achso! Woher weiß ich denn, wann ich gewonnen hab und so? Liegt der Bastard da? Ich nehm mal einen anderen Zauber! Ähm... Verwechslungszauber! Wurde irgendwo in den Kommentaren geschrieben... Oh, Katrin, benutzt das mal! Dann schießen die sich gegenseitig ab! Das ist total lustig! Das mach ich jetzt! Ähm... Jetzt ist natürlich keiner da, ne? Äh... Jetzt schießen sie sich ab! Bringt das jetzt was? Greif die anderen an! Nicht mich! Hey! Das ist ein bisschen zu nah, Baby! Ich mag dich auch, aber... Nicht so sehr! Das bringt gar nichts! Das war ein... Ein Liebes... Zauber! Die wollen an mir einfach nur nah sein! Das ist ein... Das ist ein blöder Zauber! Das ist ein blöder Zauber! Ooh... Das ist ein blöder Zauber! Das wird gestrungen sein! Das wird alles verlassen! Boah, wie wird das erst, wenn ich gegen Malfoy kämpfe? Muss ich überhaupt gegen Malfoy kämpfen? Später am Ende. Äh, in seinem Zuhause. Oder ist das hier jetzt schon der epische Endkampf? Stirbst du endlich? Stupor, 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 Stupor. Stupor kann ich auch machen. Ich stelle mir gerade vor, wie das ist, das Spiel auf Xbox Connect zu spielen. Für das Spiel, für, äh, ja, für diese Konsole wurde das Spiel ja entwickelt, ne? Äh, ich hasse Connect dafür. Deswegen werde ich mir das niemals kaufen, weil die das letzte Harry Potter Spiel, was hätte cool sein können, dadurch versaut haben. Electronic Arts hasse ich auch dafür. Ich spüre gerade so viel Hass. Ah, ich lasse es an euch aus. Ah, ah, ah. Ich treffe halt euch. Warum sterbt ihr nicht? Du, vor allen Dingen. BAM, 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 Ich will bei dem mal Expelliarmus machen. Und jetzt bin ich im Leviosa. Flieg! Flieg! Scheiße! Gute, alter Confrengo. Es wird doch nicht weniger, oder? Steht irgendwo, wo ich hin muss? Oh, der sagt da lang. Na? Da lang? Warte mal. Warte mal. Heißt das, ich hätte die ganze Zeit einfach weglaufen können? Ganz ruhig, Katrin. Ruhig atmen. Ganz ruhig. Das gibt's doch nicht. Ich weiß nicht, wie lange ich da jetzt gekämpft habe. Ich hätte einfach nur weglaufen können. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Jetzt haben wir sie! Wir werden uns erkennen. Familie! Ja. 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 Ja.